Und Willkommen zurück. Jetzt sind wir hier in so einem Nachtclub oder was sein soll. Weiß ich gar nicht mehr. Nein! Ha! Das sieht ja cool aus, noch mit der ausgestreckten Hand. Man, ich hab nur noch 5 Leben. Und äh, ein Boss, der ist glaube ich sehr schwer. Da werde ich auch noch einige Leben für brauchen. Oh, was ist das? Ne, so eine Fernsehstation. Und der Typ, da ist der Endgegner. Also der letzte Endgegner. Von dem hatte ich früher Ultraschiss, ist ja klar, weil der halt so stark ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo ich lang muss. Nach unten oder nach oben? Jo. Ich fahr einfach mal nach unten, ich weiß leider den Weg nicht mehr. Für mich ist das jetzt quasi neu. Ach man, der trifft mich doch nicht. Ich muss langsam mal ein bisschen vorsichtig sein. Kugel, gib mir ne Kugel! Kugel, ich bin ne Kugel. Ich würde mich, äh mann, trifft der mich von hinten. Das gibt's doch nicht. So, wo muss ich lang? Ich... Auch da? Ich zeig... Ja? Oh, wie geht's lang? Was ist das? Ah, ne Bombe. Wo muss ich lang? Hier? Ist hier was auf? Ja, da oben. Wow, ich falle. Hm, 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 hm. Kann ich hier rein? Nee. Ich taste mich vorsichtig voran. Ach man, wo bin ich denn jetzt? Lauf! Auch das Fließband. Ja, komm, schieß deine scheiß Kugel. Jetzt schnell, schnell, lauf, 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 lauf. Pfff. Ja? Nee, Schuttschild ist ja auch nicht schlecht. Aber, wo muss ich lang? Hä? Hier war ich doch. Scheiße, wo muss ich lang? Ich war doch hier. Schon. Oder? Nee, ja. Ich falle, wow. Kann ich so lang? Nee. Ich hab Angst. Nein, dreh dich um. Wow, 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 wow. Das war knapp. Kommt schon, Leute! Wieso hat keiner ne Kugel für mich? Ähm, ja. Gut. Wieso darfst du das für mich tun? Hä? Komm ich da überhaupt lang? Hoch? Ähm. Gibt es hier irgendwie einen Geheimgang oder so? Da komm ich... Ah, jetzt komm ich. Was ist hier? Nee, da kann ich nicht rein. Wo muss ich lang nach unten? Keine Ahnung. Was ist hier? Was ist hier? Ja komm. Nee, ich muss sterne. Ich fahr mal wieder nach oben. Nee, ich muss nach unten. Ja. Mhm. Wie weit nach unten? Keine Ahnung. Vielleicht ist das ja der Falsche. Wo? Kann aber richtig zu sein, wenn hier Gegner sind. Komm schon! Geh kaputt! Nein! Triff mich nicht! Ah ja, ein Speicherpunkt ist ja schonmal nicht schlecht Autsch Ich muss vorsichtiger sein Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Keine Ahnung! Wie lang? Nach unten? Äh, ne? Oder doch? Keine Ahnung! Klick Ja, sorry Leute, dass ich nicht so viel sage Aber ich bin grad irgendwie total konzentriert, kann man das so sagen Weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich lang muss Ich bin hier einfach rum Aber da kann ich da rein? Ja, da ist ein Gegner, da kann ich natürlich bestimmt rein Komm jetzt ran ran, so jetzt Hier ist noch irgendwie was Nö, nur Sterne Unrichtig Hey! Ich hab's geschafft! Hey! Ich hab's geschafft! Hey! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Und ganz oben auf dem Tornado Oh Mann, ich werd getroffen! Scheiße! Ja, ganz oben ist der Endgegner Und ich hab's geschafft! Juhu! Und ich muss ihn treffen Und ich bin hier auf diese... auf so Dächer von Häusern und... ... ja keine Ahnung total... total komisch! Der komischste Boss-Camp So, jetzt fängt er an zu schießen. So, komm. Jetzt, der wird immer gemeingefährlicher. Nein! Ich wünsche, ich hätte jetzt immer so einen super Schuss. Oh, und der hat so eine Kugel. Nein! Ich wollte irgendwie rüberspringen, aber hab's nicht geschafft. Okay, vier Leben. Das, das, ich, das, 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 das ist ja, das ist noch nicht das Ende. Noch ist es zu schaffen. Weg da! Och, Mann, ich hab doch nach oben geschossen. Wieso hat er nicht verliert? Jetzt geht's weg. Lass mich in Ruhe. Versuch's jetzt mal von der Seite. Mann, trifft er mich genau, ey. Das gibt es einfach nicht. Oh, jetzt geb ich Folge an. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Wow, 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 jetzt hört er richtig gut. Oh, Mann, scheiße. Ach, was, 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 was habe ich mir dabei gedacht? Scheiße, nur noch drei Leben. Wow, jetzt, ich, Mann, ich werde jetzt hier total vermirbeln von diesen scheiß Blütenstuben. Weg da, weg da, weg da. Kommt schon. Lass mich in Ruhe. Ich will den Typen da oben besiegen. Weil es wird sehr spannend. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich es schaffen werde. Aber... Kommt schon. Hüpp. So, jetzt. Kommt schon, kommt schon. Ich hab's doch X auf leicht gestellt. Wieso ist es so schwer? Naja, es wäre vielleicht nicht so schwer, wenn ich mehr Leben hätte. Das wäre viel einfacher. Mann, jetzt, Mann, nein. Scheiße, scheiße. Verdammt. Das gibt es doch nicht. Nein, nein. Ich will das schaffen. Weg da, weg da, Mann. Boah. Komm, geh weg, 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 weg da, weg da, weg da, weg da. Nein. Ihr trefft mich nicht. Ich bin jetzt total genervt, weil ich es einfach nicht schaffe. Weg da, Mann. Auch. Ja. Kommt schon. Wir sind besiegen. Ja, über dem Springen, das geht, glaube ich, gar nicht, weil... Das ist ja unmöglich, weil er sich die ganze Zeit bewegt und ich mich treffe. Ja, der sieht total schlimm aus. Kommt schon, ich glaube, noch einmal so eine Explosion und dann habe ich es geschafft. Yay, ich habe es geschafft, dass ich das noch erleben darf. Yay. Sieht das nicht cool aus, ich in einem Tornado, ganz lässig da am Stehen. Yay. Yay. Victory. Boah, Leute, ich bin fix und fertig. Also... Boah, ich bin sprachlos, keine Ahnung. Hier sieht man nochmal alle Gegner. Und ich muss jetzt direkt sagen, die Musik ist einfach nur awesome. Also, die fand ich früher schon cool und die finde ich jetzt immer noch cool mit eines der besten Videospiel-Soundtracks. Auch wenn es, äh, ja, schon was älter ist. Bin ich trotzdem cool. Yay, 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 besonders wenn man es endlich geschafft hat. Wenn man sich so viel Mühe gegeben hat. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Auch wenn es nicht so aussah. Ich nehme nochmal den ersten Endboss. Und nochmal hier die... Jetzt kommen nochmal alle Gegner, glaube ich. Näh, näh, ja, also die Musik ist einfach awesome. Die geht mir direkt ins Ohr. Akrobat. Haben alle sehr lustige Namen. Ja, 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 dance, dance. Piranha. Ja, sehr cool. Monkey. Wow, was für ein Name. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Warhead, ja, der absolute Endboss. Hier, 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 hier. Hier sehe ich immer nochmal irgendwelche Entwickler. Und, ja. Was gibt es noch zu sagen? Ist es jetzt zu Ende? Ja. Jetzt kommen jetzt, glaube ich, nochmal... Die Credits oder so. Kann man das wegklicken? Ah! Ich kann hier auf so Tasten klicken. Und wir machen Geräusche. Yeah, yeah. Was sagt er, grün? Keine Ahnung. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Ich weiß. Was sagt der Donkey Kong? Okay. Ja, geht langsam ein bisschen auf die Nerven. Ich lasse das mal lieber. Und, ja, ist das jetzt zu Ende? Kommt noch was? Keine Ahnung. Caduce bei Sega. Kommt schon, kommt schon. Kommt noch was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt nichts mehr. Ich klicke alles. Nichts passiert. Müssen wir halt eben warten. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, endlich mal wieder dieses absolute coole Spiel zu spielen. Und, ja, schreibt mir, ja, könnt mir sehr gerne schreiben, was ihr davon haltet, von dem Spiel. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao. Ciao. Ciao.